Ja, natürlich! Bin wieder da? Pass auf, Alter! Bleib am Leben irgendwie! Versteck dich! Da hast du irgendwo so einen Raum, die kommen hier glaube ich noch nicht hin, oder? Hoffe ich doch jetzt mal. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Was bin ich? Was machst du denn? Ach, da hast du einen Gegner, wo ist der Gegner? Nee, da war dieses Blitz gedünst, weil ich glaube, die locken die auch hierher. Jetzt habe ich versucht zu kloppen. Extreme Kloppung! Wann komme ich eigentlich? Achso, jetzt bin ich wieder da. Schön, du bist sofort gestoppt, wann komme ich endlich wieder, sagte er. So, alles nachladen hier. Okay. So, hier ist nichts mehr. Wohlkommendes! Oh, leck. Ach, okay. Oh, sorry. So, der ist weg. Er ist tot. Da ist noch einer, da sind noch zwei, oder? Nee, noch einer. So, jetzt. Gut, der... Alter. Noch 20 Schuss. So. Die letzten. Dankeschön. Bitte, bitte. Ja, hier ist alles voll, nachladen. Ist leer, ja. Ich habe noch 22 Leben, ich bin stolz. Oh, ich habe... Okay, ich habe noch sehr viel. Ähm, das können wir nicht drehen. Da können wir denn so durch? Warte mal, äh, wo habe ich das denn... Warte mal. Auf 8? Nee, wo habe ich mir das hingelegt? Digga, medicaid. Nee, wo man das denn wieder... Ach, auf 3. Ja, das doch mal stehen. Was, ich habe nichts mehr so... Wo müssen wir crouchen? Wo müssen wir lang? Mal so eine Frage, so by the way, so, ne? Sag mal so! Sag mal so, auf den Fischkollern, ne? Sag mal so, auf den Fischkollern, ne? Vielleicht müssen wir... Hast du eigentlich schon gedreht, oder? Wie gedreht? Hast du diese Rache schon gedreht, dieses Drinkshooter? Das war, das war kaputt. Äh, dann bringt es hier irgendwie nichts. Aber die können sich ja einfach... Ich hab ne Idee. Die können sich einfach hier hinschicken und einfach... Ja, sinnlos gar nichts machen. Ja, du bist da, okay. Du machst ja alles wieder falsch, oder? Nein. Halt's mal. So, wir hat die, äh... Kannst du aufhören, die Kiste kaputt zu machen? Wir bauen uns jetzt hier einfach mal was, um da rüber zu klettern. Ist das so gewollt? Weiß ich nicht, aber ist doch egal. Wir können ja wieder zurückgehen mit den Booten langfahren, oder? Vielleicht sollten wir das ja auch. Vielleicht ist das der Sinn. Weil, aber... Hey, wahrscheinlich... Ist es deswegen kaputt, die Angaben ist, ohne... Oh, mein Gott. Oh, da sind welche! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die Fliegen... Oh, kratz mich... Alter, wie viele sind denn da? Ich hab noch ein Leben, Alter. Ein Leben. Kratz nicht ab, Alter. Noch 17 Leben. Halt ab! Also, ich kann's doch nicht mehr heben tun. Nein, 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 nein. Ist der noch da? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Es gibt noch da. Ich bin noch da. so ich bin jetzt noch so ich komme hier ich komme mit einer anderen Seite wie geil oh Gott doch also ich hab ihn gekillt Alter mit ein Leben bin ich der Boss ich bin der Boss ne Spaß haben wir gut gemacht muss ich sagen so das ist schon klar Kanaten nochmal nehmen gibt's ja mal irgendwie Munition wär nicht schlimm okay ich will Spaß ich will Spaß ich geb Gas ich glaub wir mussten das Tor da aufmachen sonst hätten wir hier gar nicht durchgekonnt ja es gab ja so ne äh Explosion deshalb ist dieses Teil auch wahrscheinlich irgendwie aufgedreht worden wie es auch immer und daher ist auch das Tor offen ja oh mein Gott was schon noch zwei oh ich bin tot wo warst du denn gerade warst du irgendwo ganz da hinten pass auf weil es richtig viele ich dachte wir sollen mit dem ja guter sein und er soll ja auch nicht doch auch okay okay es ist okay etwa kann sagen er kann es mehr ist nämlich verkackt zu weil hätte ich den ganzen Weg laufen können nicht vor spiel maus gewandt der dörren okay wo weiter alles versuch um zwei vier und aufzuhalten die beiden diese ganze Einzeln! Ah, wir sind nur Gordon Freeman, tut mir leid! Wir sind nur Gordon Freeman! Oh mein Gott, wie soll man das alleine schaffen? Wow! Mein Schiff ist auch... Going fucking shit! Oh Jesus! Ah! Aber ich kann nicht mit dem Pfeil machen! Wow! Was leuchtet denn immer so vor mir? Ich weiß es nicht. Luchis! So, ich... Glaub mal, ich komme dir gerade näher. Ah, der war recht. Der muss nicht mehr tot. Okay, ich hoffe mal, ich sterbe jetzt nicht. Oh, Raketenwerfer. Was ist, wie so brennt denn da alles? Ich war jetzt durch, ja? Ach, das ist ein Leben. Scheiße! Oh, meine, darf man ja nicht durchfahren, oder? Scheint nicht so. Hey! Wow! Hä? Ja, und irgendwo hin? Ich bin irgendwo, ich hab mein Schiff nicht mehr, mein Boot nicht mehr. Ich hab kein Boot. Was ist das denn für eine Verarsche? Ich muss es jetzt hier ohne Boot durchmachen, halt, das gibt's doch nicht. Renn zurück. Wo bin ich denn? Ach, ich war ja, okay, hier lang, okay. Ja, okay. Ey, ich hab mich da. Ah, ja, lang, schau. LOL! Das denn, wo bist du denn? Wo bist du denn schon wieder hin? Ich bin zurückgespawnt worden. Wieso das denn? Ich weiß es nicht. Auf einmal... Wurde ich hierher teleportiert. Was soll der Scheiß? Ja, übertreib die Lage doch. Hopp. 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 Okay. Ich guck schon mal, wo wir lang gehen müssen. Ja. Ja. Ja, ich bin eh gleich wieder. Ja, und tot. Oh, was? Was haben denn da, Alter? Die haben den ganzen Panzer. Na, ich geh mal wieder in Deckung, ja? Das du hier ja wieder. We spawned. Was schießt denn da schon wieder? Ah, da bist du ja auch. Ja, pass auf, dass du dich abkreis hast. Ich hab noch 13 Leben, ne? Pass auf, du hast irgendwie so einen, äh... Weißt schon, so Panzer, Tanker... Ja, 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 deswegen guck ich. Dass du überlebst, ist dann besser. LOL. Wow. So, haben wir da unten? Kann man... Nee, da kann man nicht lang. Versteck dich irgendwo, Mann! Ich kann nicht mehr rennen. Oh. Wo bin ich? Frag dich nicht. Oder du hast mir gerade eine Rakete über den Kopf geflogen. Oder... Versteck dich, Alter. Ich komm. So, Alter. Da kann man doch nicht durch. Ah, doch links, links. Ey, ich bin am... Am Anfang gespawnt worden wieder. Was soll denn der Abfuck? Er schallt dich da spawnen, wo du bist? Nein. Ja, übertreib die Lage am besten noch. Ja, ja. Ja, ja. Hast du dich versteckt? Ja, ja. Mein Gott, ey. Ja, übertreib, Mann. Was ist dieses... ...Blitzen da vor mir? Keine Ahnung. Wo müssen wir denn lang? Keine Ahnung. Da kann man eigentlich nicht mehr so lang. Durch das Feuer können wir nicht lau... Ah, doch, links, hier, links, links. Aber da kann man halt nur laufen. Deshalb... ...die zwingen uns schon wieder... ...unser Boot zu verlassen. Mein Gott, ey. Ja, was ist denn das vor dir? Also meins nicht mehr da. Meins blinkt immer noch. Ja, bei mir nicht mehr. Ja, das wird... So, ist die Emotionen rein. Komisch, ey. Ja, das ist auch, bro. Drahten Friebe! Okay, wir rennen jetzt durch, ja? Amerika! Sind wir lang? Da gibt's nichts zu ernst. Alter, wie so sind denn so viele da? Wie so treffen die... Wow! Oh, wow! Ich bin grau... Ich bin zufällig nach rechts gegangen und hab den gerade rausgerissen. So, beides weg. Weg, 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 weg. Ach. Schein! Den Kleister. Alter, was... Was geht los da rein? Dabei, verstehe ich, ich habe vier Leben. Bis zu noch nicht viel rüber. Ja, besser als nichts, ne? Dichtes Medikit. Das nur 40 Prozent. Oh, hoffentlich. Ey, ey, sag mir, dass das Grün ist bei dir. Ja, es ist... Oh, gut. Dichtes Medikit. Hattest du denn eine grüne Mauer? Ja, da war gerade ein Grünes Tag. Kartenänderung. Ja, super gut. Ich mach uns mal ein Strich, ich mach uns mal ein Strich, damit ich weiß, wo wir, welches Level wir jetzt sind. Ja, mal in der Fräuse. Ey, geht ja schon mal Action-Rechenlos, ne? Wieso wollen die denn die ganze Zeit töten? Ich stehe eine halbe Armee gegen uns. Was ist denn das oder gegen... gegen Gordon Freeman sind wir? Tut beleid. Ich verwechsel da wohl etwas. Ja, das stimmt. So, die schöne Serverinformationen werden abgerufen. Das ist immer so cool, weil sie so heißen. Server, Information. Ja, ja. So, komm, ja, ich bin wieder da. Wo bist du? Wo bist du Armin? Okay. Dann müsste ich noch ein Boot sein, deswegen bin ich schon mal vorgefahren, damit es dir angezeigt wird. So. Ey, 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 Naru! Ja? Du kennst doch Neoska, ne? Natürlich. Du darfst in Edden. In? Ja, und er will vielleicht bei Cry of 4 mitmachen. Ah, okay. Ey, 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 ey. was meinst du denn, in Edden, also wo? Ins Skype. Ah, okay, gut. Ich gebe dir nachher die Eddy so. Aber er will bei Cry of 4 mitmachen. Ah, das würde mich freuen. So. Ich hab mich letztens auch als das Display angeschaut dazu. Ich schaffe es! Amerika! Die Steuerung ist so scheiße. Fast doch beschissener als im Mass Effect dieses beschissene Auto. Mass Effect nie gespielt. Sehr empfehltwert. Oh mein Gott, schon blöd, Leute. Oh mein Gott, geht weg. Wieso ist das ein Tod? Todes Schiff, nein, Tod. Wieso, wie kann denn ein Schiff tot sein? Und was mach ich da eigentlich? Oh. Oh mein Gott, was? Oh, hallo. So. Oh, warte mal. Oh. 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 So, um, uh, uh, now who is caught's telephone, okay, telephone, we live, we live, we live, we live, we live, we live, we have telephone. So, um, gibt's hier irgendwas, okay, gleich wieder da. Okay. Okay. Uh. Okay. 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 Ja, Leute, ähm, ihr könnt ja schreiben, wie ihr, ähm, das Together findet bis jetzt. Also, ich muss sagen, es bringt sehr viel Spaß für Daru und den gestohlenen Fahrrad. Ihr könnt mir ja schreiben, wie ihr es findet, was ihr vielleicht besser machen könnt. Obwohl ich finde, dass wir alles gut machen, also... Naja, ich gehe auf meinen Fernseher-Wursterstuhl. Hihihihihi. So. So. Hehehe